Mein Name ist Gerd Kamp. Ich befinde mich hier an meinem Lieblingsplatz in Oberlar, das ist der Oberlarer Park. Ich verbinde diesen Park mit Rückblick auf die Tätigkeit als Opa mit meinen Enkeln, als ich dann ungestört hier nachdenklichen Dingen nachgehen konnte und konnte meine Enkel hier spielen lassen. Und hatte sich ständig im Blick und finde, dass dieser Park einfach für Oberlar eine Bereicherung ist und eine schöne Art, wo man sich wohlfühlen kann, wo man mit seiner Familie am Wochenende grillen kann und wo man ungestört die Kinder sich frei austoben lassen kann. Und ich finde, das sollte man schon anerkennen und ich finde auch, dass ich mich in diese Oase mitten in Oberlar oder am Rande von Oberlar wohlfühle. Du bist immer anders, so bunt und facettenreich. Du bist unser Trost auf eine Familienangelegenheit. Ja, der Abschluss eines jeden Besuchens hier mit meinen Enkeln war natürlich der Blick über den Esersweg auf die Nixdorf-Rentsch. Hier waren zwei Ponys und ein Eser, die sich gegenseitig bekriegten und meine Enkel waren immer begeistert von diesem Zusammenspiel von Ponys und mit dem Eser, wo der Eser hier Sagen hatte. Und deshalb war für uns das immer ein schöner Abschluss, einen schönen Nachmittag mit meinen Enkeln.